Ihr seht hinter mir eine perfekte Kugel und die kann man ganz easy mit World Edit auf der Minecraft Battle Edition mit zwei einfachen Commands, ihr seht ja hinter mir die Command Blöcke, bauen, wenn ihr wissen wollt wie, wie gesagt, bleibt hier dran, wenn ihr weitere hilfreiche Videos hier sehen wollt und vielleicht sogar einen Vorschlag habt, gerne in die Kommentare, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr keine randomen Gewinnspiele verpassen wollt, wie gesagt, checkt einfach mal Community Discord ab, Link ist in der Videobeschreibung, alles mögliche wird da verlost, einfach mal vorbeischauen, falls ihr Interesse habt. Ihr seht hinter mir, wie gesagt, schon mal ein bisschen was gebaut, ich hab, wie gesagt, auch unter Höhe 0 ein bisschen was gebaut, seht ihr jetzt nicht, weil die Welt wurde jetzt auf 1.18 geupgradet, ähm, ja, unter meiner Kugel Sponge wieder unendlich viele Monster, auch wieder schön. Es ist ein bisschen seltsam und zwar hab ich, wie gesagt, schon mal ein Video gebracht, ich glaub, das war vor irgendwie eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, von daher wollte ich unbedingt eine neue 1.18 Version jetzt hochladen und zum anderen hab ich, glaub ich, rausgefunden, wieso bei den ganzen Leuten das nicht funktioniert hat und zwar ist es so, da dieser Command, also ich bin jetzt grad auf der Windows 10 Edition, ich werd euch gleich, oder jetzt, ich weiß nicht mehr, wie, wie ich das jetzt zusammenschneiden werde, aber ich werd euch jetzt einen Clip irgendwo einblenden von der Playstation 4 Version oder von der Playstation 5 Version, je nachdem, es gibt ja nur diese Playstation Version, ich hab leider keine Xbox und keine Switch, also kein Minecraft darauf, von daher kann ich's euch jetzt nicht irgendwie einblenden, wie ich da den Command eingebe, aber normalerweise sollte da, wie gesagt, jetzt irgendwas laufen und ihr seht auch, dass es funktioniert, also das ist, wie gesagt, ziemlich seltsam. Bei den meisten Leuten hat dieser Command, den ich euch jetzt gleich zeigen werde, nicht funktioniert, deswegen werd ich euch noch gleich eine andere Version zeigen. Bevor ich das vergesse, es ist nämlich ganz wichtig, diese Command-Blöcke funktionieren nur an einem bestimmten Radius um den Spieler sozusagen herum, also ihr müsst sozusagen das Gebiet immer laden. Es gibt aber zwei Commands, die ich euch zeigen werde, die euch erheblich helfen werden. Einmal habt ihr, glaub ich, gerade gesehen in dem Playstation-Clip, dass da die ganze Zeit oben links angezeigt wurde, dass ich die Blöcke kopiert habe. Das ist nämlich ziemlich nervig und spam den ganzen Chat voll, da hab ich für euch diesen Command hier, Game Rule Command Block Output False. Wenn ihr das hier eingibt, kriegt ihr oben links nicht mehr diese nervigen Nachrichten. Und zum anderen, zu dem Gebietladen, hab ich ja vorhin was erzählt, wie das funktioniert, hab ich auch einen Command, und zwar gibt es den Slash Ticking Area Command. So funktioniert da Ticking Area at Circle, also ein Kreisbereich. Ihr stellt euch jetzt am besten in die Nähe des Command-Blocks, also ganz wichtig, desto näher am Command, desto näher ist das Zentrum sozusagen an dem Command. Aber bei vier Chunks reicht das, ihr seht, ich hab jetzt hier diese vier, das sind diese vier Chunks. Von eins bis vier könnt ihr da was eingeben. Und das hier ist einfach nur der Name dieses geladenen Bereichs. Ich hab jetzt schon eins, deshalb geb ich dir einfach zwei ein, weil, wie gesagt, ihr könnt den Namen nicht zweimal verwenden, ihr seht, wenn ich das hier mache. So, ich hab jetzt, wie gesagt, hier abgedrückt. Ihr seht, ich hab jetzt keine Nachrichten bekommen, weil ich das, wie gesagt, ausgeschalten habe. Aber ihr könnt jetzt, wie gesagt, diesen Command überall in eurer Welt benutzen, und ihr braucht keinen Spieler, der das hier immer lädt. Fangen wir aber zuerst mal an, wie der Command funktioniert. Es ist wichtig, ihr braucht irgendwo einen Ort, wo euer Gebilde sozusagen vorgebaut wird. Also ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel, warte mal kurz, ich muss hier kurz wieder mir einen Dreizack nehmen. Es ist auch wichtig, dass ihr entscheidet, welches Tool bei euch das WorldEdit Tool ist. Bei mir ist es jetzt so schön ein Dreizack. Und es ist auch wichtig, ihr könnt damit Welten zerstören. Das sag ich euch jetzt schon mal vor, damit sich niemand dann irgendwie beschwert, dass irgendjemand seinen Command-Block außerdem gelöscht hat. Sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was ihr jetzt macht. Und zwar habe ich jetzt, wie gesagt, meinen Command schon aktiviert, und ihr seht, wenn ich jetzt in die Richtung schaue, baue ich vor mir Blöcke. Und ihr seht auch, die Blöcke bleiben. Bei den meisten ist es, glaube ich, so gewesen, beim alten Tutorial, dass die Blöcke dann irgendwie gelöscht wurden und ersetzt wurden. Gibt es hier auch, kann ich euch gleich zeigen, wie ich das reproduzieren kann, was bei euch wahrscheinlich gewesen ist. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert ganz easy. Ihr müsst einfach nur in die Richtung hinschauen. Und es platziert sich richtig, richtig smooth, also wirklich auch ohne Legs oder sowas. Gut, ich spiele hier alleine auf der Welt, aber trotzdem komplett easy die ganzen Blöcke. Und ihr seht, ich habe jetzt eine kleine, schöne Wand gebaut, und zwar richtig custom und schön random. Ihr seht, ich habe jetzt einmal sozusagen dieses Muster vorgebaut. Ihr seht, hier sind die ganzen Blöcke, die ich hier vorgebaut habe, die sind hier in diesem Würfel drin. Und es ist auch wichtig, dass ihr euch irgendwo einen Ort habt. Ihr müsst es wieder nicht aus Netherite-Blöcken hier unten bauen. Ihr könnt einfach nur irgendetwas umherum platzieren, damit ihr wisst, genau da ist die Grenze für mein Command. Also das hier sozusagen wird alles kopiert. Alles, was hier außerhalb ist, also auf dieser Linie, wird nicht kopiert. Das ist wichtig. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, einen 3x3-Würfel vorgebaut. Das ist jetzt einfach nur aus irgendwie Holz zusammen random gewürfelt. Wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht darauf achten, wie ihr richtig rum platziert, weil ihr seht ja, da hinten wird alles immer random generiert. Also ihr seht, hier haben wir ganz viel Cobblestone nebeneinander. Und das ist, je nachdem, wie ihr vorbeifliegt, wird dann anders platziert. So, jetzt ist es so, dass ich in diesem ersten Command-Block einen Enchant-Command habe. Ihr seht, Enchant, Add A, also ihr könnt auch Add P machen, dass nur ein Spieler das bekommt, der erste. Oder ihr gebt da nur eure Namen ein. Das wäre jetzt in meinem Fall Hasensan X, eure Microsoft-Namen da einfach eingeben. Dann bekommt nur dieser Spieler den Command auf sich angewendet. Da kann wieder kein anderer den benutzen. Und ihr seht, jetzt haben wir hier Riptide. Riptide ist Sog im Deutschen und geht nur auf den Dreizack. Deshalb habe ich Riptide genommen. Würdet ihr jetzt hier in den Command-Block irgendwie Sharpness eingeben, würde auf einem Schwert, auf einer Axt und ich glaube, mehr geht nicht. Schwert und Axt, Sharpness draufgehen. Also ihr könnt ja mit einer Axt das ganze Tool bedienen und mit einem Schwert. Je nachdem, welche Verzauberung ihr jetzt hier drinne habt. Ich habe jetzt einfach nur Sog genommen, da nur der Dreizack Sog haben kann. Ihr könnt auch zum Beispiel jetzt nur Glück des Meeres da drauf tun. Dann kriegt ihr nur mit der Angel diesen Effekt sozusagen zustande. Dann seht ihr, jetzt haben wir hier noch einen Comparator. Das ist jetzt ein Redstone-Vergleicher im Deutschen. In Java Edition heißt er, glaube ich, Comparator. Von daher nenne ich den meistens immer so. Der zeigt, wie gesagt, in Richtung des anderen Kommandes. Ihr seht, den platziert er so rum, nicht so rum. Und dieser Kommand ist eigentlich sozusagen unser Herzstück. Ihr seht, ich habe jetzt hier wiederholen, bedingungslos, benötigt Redstone, ganz wichtig. Wenn ihr hier immer aktiv habt, dann bringt dieses ganze Zeug mit dem Redstone hier überhaupt nichts an. Dann ist er halt dauerhaft aktiv. Und ihr seht, das ist eigentlich genau dasselbe Kommand wie damals vor eineinhalb Jahren. Nur, dass es jetzt wahrscheinlich, also ich denke mal, ich habe einen Trick rausgefunden, wie es bei euch auch funktionieren wird mit einer anderen Kommand. Ich bin gerade auf der 1.18.0, also wie gesagt, auf der neuesten 1.18-Version. Guckt, wenn ihr diesen Kommand eingebt, ob der funktioniert. Wenn er überhaupt nicht funktioniert, kommt gleich wieder. Und zwar habe ich dann für euch noch einen anderen Kommand, der wahrscheinlich funktionieren wird. Als erstes seht ihr ja, haben wir execute at a, dann die drei Wellenzeichen, clone. Und jetzt seht ihr ganz viele Koordinaten, und zwar 94, 4, 31 und einmal die 90, 37 und 35. In meinem Fall seht ihr ja, minus 94, 4, minus 31 ist jetzt hier unten. Und ganz wichtig, wie gesagt, immer gegenüberliegende Seite hier oben. Das ist ganz wichtig, weil ihr wollt ja alles kopieren. Wenn ihr jetzt hier wieder hingeht und nur hier diese Koordinate aufschreibt, dann kopiert ihr nur die unterste Ebene. Das ist ganz wichtig. Deshalb müsst ihr wieder hochfliegen über den Holzhaufen. Deswegen lande ich hier kurz, fliege hier rüber und ihr seht, genau das hier sind die Koordinaten, die ihr euch merken müsst. Und das ist eigentlich auch ziemlich simpel. Ihr müsst einfach nur zwei Koordinaten von da unten zum Beispiel bis da nach oben kopieren oder von da unten bis da nach oben. Ihr habt das, glaube ich, verstanden. Wenn jetzt alles klappt und in meinem Fall, wie gesagt, in meiner Version, aber auch in meiner Spielversion, also wie gesagt, ist es natürlich wichtig. Klar, ihr habt Minecraft Battle Edition 1.18 vielleicht auf der Switch oder sowas. Aber das ist trotzdem nochmal ein bisschen anders als Minecraft 1.18 auf Windows 10. Werdet ihr gleich sehen. Vielleicht funktioniert bei euch dieser Command schon direkt nicht. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich seltsam. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Aber ich glaube, ich weiß, wie man das fixen kann. Und zwar seht ihr jetzt, wenn ich jetzt etwas baue, wird mein Dreizack verzaubert und wir bauen unsere ganzen Sachen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier einen Baum oder sowas bauen. Ich glaube, ihr seht, jetzt habe ich irgendwie super seltsame Dinger gebaut. Falls ihr diese Blöcke von euch ganz, ganz weit weg platzieren wollt, das habe ich euch vergessen zu erwähnen. Wir haben jetzt einmal ja diesen Command hier. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf diese drei Koordinaten nicht eingegangen. Und zwar ist es hier eher einfach nur der Abstand. Hier, ihr seht, wenn ich jetzt hier bei den 15, sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt einfach mal eine 30 hin. Ihr müsst gucken, dass es nicht zu weit ist. Also irgendwie 200 ist schon, glaube ich, zu weit. Aber 30 geht auf jeden Fall noch fit. Wir gehen jetzt hier mal kurz weg. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier irgendwas in der Hand nehme, dann baue ich jetzt schon viel weiter weg von mir. Also das könnte euch helfen beim Bauen. Also guckt, dass ihr da irgendwie eine bestimmte Entfernung von euch habt. Dann könnt ihr einfach extrem leicht bauen. Und jetzt kommen wir mal zum Teil des Commands, der wahrscheinlich bei euch zu Problemen sorgt. Und zwar seht ihr da ganz am Schluss, habe ich Mask Normal. Ich kann das Ganze jetzt mal wegtun und ihr könnt jetzt sehen, was jetzt passiert. Es wird trotzdem noch funktionieren, aber richtig, richtig seltsam. Und wahrscheinlich war das auch bei den ganzen Leuten, bei denen es nicht funktioniert hat. Ihr seht, ich habe jetzt wieder dieses Mask Normal entfernt. Und ich fliege jetzt mal hoch. Und wenn ich jetzt irgendwas bauen will, hätte was passiert. Ihr baut zwar die Blöcke hin, aber ihr habt jetzt sozusagen einen Würfel die ganze Zeit mit euch mit. Und alles, was ihr andere, also alle anderen Blöcke, die ihr jetzt berührt, seht ihr, lösche ich dann einfach permanent. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, also sehr, sehr verbuggt. Ich glaube, das ist entweder das, was ihr gemeint habt, dass es nicht funktioniert. Oder ihr habt den Command falsch abgeschmiert. Aber ihr seht, jetzt habe ich hier irgendwie so einen richtig hässlichen Würfel, aber er kopiert ja nicht immer mit. Ihr seht, es ist richtig, richtig, es ist irgendwie verbuggt. Also ich weiß nicht mal warum, aber ihr seht, wenn ich das ohne Mask Normal schreibe, dann geht das Ganze bei mir nicht. Das könnte ja wirklich schon moderne Kunst sein, weiß ich nicht. Ich nenne es den Baumkäse oder irgendwie sowas, Käsebaum. Naja, also ihr habt gesehen, bei mir funktioniert der Command. Also er funktioniert schon, also es passiert ja irgendwas. Aber es ist nicht ganz richtig, von daher schreibe ich wieder meinen Mask Normal hin. Also wie damals in der anderen Version. Falls, wie gesagt, was bei euch beide Versionen nicht funktionieren, guckt auf jeden Fall nach einem anderen Tutorial. Vielleicht werdet ihr irgendwie fündig. Ich kann leider euch nicht sagen, wenn das, also wenn die beiden Versionen nicht funktionieren, was dann noch bei euch fehlt, weil ich echt wirklich keine Ahnung habe. Falls auch jemand irgendeine Erklärung hat, wieso dieses Mask Normal dazu, also wenn es bei mir wichtig ist und bei den anderen Leuten zum Beispiel nicht, bei denen es verbuggt ist. Wäre echt super interessant das zu wissen, weil ich habe wirklich selber auch keine Ahnung, wieso dieses Mask Normal einfach alles wieder ändert. Also ihr seht, ich kann die ganzen Blöcke platzieren und die bleiben jetzt auch da. Wenn euch dieses Video geholfen hat, wie gesagt, ganz wichtig, bewerten und kommentieren, falls ihr irgendwelche Lösungsvorschläge für andere Leute habt. Wie gesagt, helft euch gerne aus. Ich werde auch in den Kommentaren schauen, wenn ich euch helfen kann. Wie gesagt, ich kann euch nicht mehr helfen, als ich weiß. Wünsche euch wieder, wie gesagt, einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.